Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Konrad Atenauer-Stiftung ist ja ein Think Tank von der CDU. Ich glaube, die CSU hat wahrscheinlich eine eigene Stiftung. Die Hans-Seite-Stiftung heißt die, glaube ich, bei denen. Naja, jedenfalls, Petra Bahr ist wieder aus der Versenkung. Sie ist jetzt irgendwie Regionalbischöfin in Niedersachsen. Also da nichts so Spektakuläres. Aber sie ist jetzt in den Ethikrat gewählt worden. Es gibt ja in Deutschland so einen Ethikrat. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr da mehr darüber. Und ich dachte mir nur wieder, gab es da nicht jemand Besseren? Denn wir erinnern uns jetzt, wir hatten doch in unserer 2012 Spezialfolge, die wir mit der GWS Stuttgart da diesem Radioprogramm zusammen gemacht haben. Frau Bahr hatte doch so einen Vortrag gehalten vor Verfassungsrichtern in Karlsruhe. Die haben jedes Jahr so eine Lobby-Veranstaltung, wo Kirchenhainis Verfassungsrichtern irgendwas vorquatschen. Und da hatte sie so einen Gang durch Berlin geschildert, der offensichtlich ihrer Fantasie entsprungen war, wo dann also schlimme Atheisten gegen Tanzverbot demonstrierten oder sie irgendwelche Verschwörungstheoretiker überhöhte. Und das kam mir ja gleich so vor. Das war so eine typische Christengeschichte. Die war zu gut, um sich so abgespielt zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so Geschichten, da merkst du, die sind kreiert worden, um das Effekt zu willen. So, und da habe ich das mal nachgeprüft. Und dann weißt du ja, wann es so Demonstrationen oder wer wann gegen das Tanzverbot demonstriert hat. Und sie hatte genau das Wochenende gesagt, bei dem sie da unterwegs gewesen sein wollte. Und dann hatte ich, meine ich, das war sozusagen Move 1, hatte ich mal einen Artikel, ich glaube, der war sogar beim HPD, das ist jetzt nicht alles nachgeguckt, geschrieben, dass diese Geschichte offensichtlich erfunden war. Und sie das aber so dargestellt hatte, als hätte sie das wirklich so erlebt in Berlin bei einem bestimmten Spaziergang. Und daraufhin hat sie dann das Manuskript nochmal umgeändert, sodass diese ganzen Aussagen, die da so klangen, als hätte sich das tatsächlich so abgespielt, dass das so klang, als man mehr raushörte, dass das jetzt so ein Fantasieprodukt war. Und da hatte sie an, ich weiß nicht, ich glaube, ein Dutzend Stellen oder so, hatte sie dann Formulierungen geändert. Hat das aber nicht deutlich gemacht, sondern sie hat das als Manuskript weiter da irgendwie auf ihrer Seite oder was, stehen gehabt und man konnte nicht erkennen, dass das, was sie ursprünglich dort gesagt hat oder das ursprüngliche Manuskript, dass es geändert worden war. Das heißt, sie hat einmal so eine Fantasiegeschichte erzählt und als wahr ausgegeben. Und dann, als sie darauf gestoßen wurde, hat sie, anstatt das richtig zu stellen, hat sie ihr Manuskript massiv geändert, also massiv an vielen Stellen, damit dieser Vorwurf nicht mehr greifen würde. Aber der Vorwurf bezog sich auf das, was sie gesagt hat und nicht auf das, was sie dann später in dem Manuskript gemacht hat. Und da muss ich sagen, gibt es da nicht Leute, die besser für den Ethikrat geeignet sind, als jetzt jemand, der sowas macht? Das war meine Überlegung. Zu meinem Entsetzen habe ich dann gesehen, dass der Ethikrat offenbar durchseucht ist von Theologen. Also hier, Neu-Westfälische, aus meiner Heimat Paderborn, da kriege ich ja immer die Google-Nachrichtenvorschläge. Der deutsche Ethikrat war Wolfgang Schäuble, brief 24 Experten. Also zu Experten zählen offenbar auch Theologen, elf Frauen, 13 Männer, blablabla. Unter anderem Vorsitzender des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, den Philosophen und früheren Kulturstaatsminister, Julian Nieder-Rümelin, die evangelische Regionalbischöfin und Autorin Petra Bar. Es ist ja Zufall, dass beim Zählen hier gerade der Mittelfinger absteht. Das sind schon mal zwei religiöse Leute. Und dann steht etwas weiter unten, Neu-Methikrat ist die islamische Theologin Muna Tatari. Also schon mal drei religiöse. Und dann, warum ist das noch nötig? Als Vertreter der Kirchen, steht dann, wurde der katholische Moraltheologe Franz Josef Bormann, also Nummer vier, und die evangelische Theologin Elisabeth Gräb-Schmidt, die auch dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört, erneut berufen. Also sind fünf von, was sind da, 24 Experten, also mindestens fünf Theologen. Die Idee ist, der Ethikrat ist interdisziplinär zusammengesetzt. Dem gehören Juristinnen, Mediziner, Biologen, Theologinnen und weitere Experten an etwa für Datentechnik, Gerontologie, oder sollten wir uns vielleicht mal bewerben, Genetik und Pflege. Und das ist dann diese frustrierende Momente, wo ich vorhin schon gesagt habe, man erwartet ja als atheist eigentlich gar nicht mehr viel vom Leben oder vom gesellschaftlichen Fortschritt, solange alles noch so von den Kirchen dominiert wird. Wieso muss man so viele Theologen in einem Ethikrat haben? Diese Frau Dingel hat es uns doch vorhin noch gesagt in dem Interview, dass gerade jetzt eben man vernünftigerweise auf richtige Wissenschaftler, also sie sagt dann nicht richtige Wissenschaftler, auf, ja, aber ich sag das jetzt mal, auf richtige Wissenschaftler hört. Die wissen, wovon sie reden. Und selbst wenn sie nicht wüssten, wovon sie reden, man muss ja kein Experte sein, gerade bei so ethischen Sachen, finde ich, brauchst du ja eigentlich kein Experte zu sein, um dir Gedanken zu machen können. Wir als Atheisten müssen das ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich fand das interessant, bin ja so ungefähr mit, weiß nicht, 14, 16 Atheist geworden und dann habe ich erst mal gesagt, jetzt muss ich mir meine ganzen ethischen Entscheidungen selber irgendwie herbeifilosophieren. Das fand ich aber interessant. Das fand ich gut. Aber ich bin eben kein Ethikexperter. Man kann sich trotzdem seine Gedanken machen. Aber bei den Theologen kommt ja hinzu, dass sie sich ihre Ethik auf einem 2000 Jahre oder noch älteren Buch basiert, dass aus vordemokratischer und vorwissenschaftlicher Zeit stammt. Und selbst wenn das Buch neuer wäre oder wenn da richtige Sachen drinstehen würden, ist es immer noch unverantwortlich, seine Ethik aus einem Buch zu beziehen. Und deswegen meine ich, haben Theologen eigentlich in so einem Ethikrat nichts verloren. Also hier, unser Freund Andreas Eckmüller hat das doch in seinem Buch dargestellt und dazu hatten wir auch einen Podcast. Die Legende von der christlichen Moral, warum das Christentum moralisch orientierungslos ist. Das ist ein Buch von Andreas Eckmüller, der hier auch sehr beliebt ist bei den Hörerinnen und Hörern und auch zurecht. Schöne Grüße übrigens nach München. Ja, also das war so der AT-ketzerische Gemischtwaren-Laden hier, die ein paar durchsagen, einige schön, andere sind frustrieren. Obwohl, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man wieder so jemanden hat wie Petra war, in einer etwas exponierten Situation, wo man sich dann vielleicht wieder öfter drüber lustig machen kann. Das wäre für einen Podcast auch immer ganz gut. Content. Ich meine, der eigentliche Skandal ist ja, dass weder Agnostiker, offene Agnostiker noch Atheisten jemals im Ethikrat waren. Oder vielleicht waren sie drin, aber sie dürfen es nicht sagen. Wir sollten Edmüller mal vorschlagen. Das ist das Skandal. Ich meine, da sind Juden, Muslime, Christen, alles Mögliche drin. Also vor allem die ganzen anderen Experten, die werden ja, von denen werden ja auch viele Religionsangehörige sein. Es ist ja nicht so, dass jetzt ohne Theologen da keine Christen drin wären. Also ich konnte jetzt auf die Schnelle, konnte ich mir jetzt keinen rauskugeln, der als offener Atheist im Ethikrat war. Oder zumindest als säkularer Humanist. Ist das so, wie wahrscheinlich ist das? Also ich meine, ein Drittel ist konfessionslos. Und davon denke ich mal auch, dass die meisten Agnostiker sich als Agnostiker oder als Atheisten bezeichnen. Und ja gut, das ist halt, da sieht man die Verflechtung zwischen Staat und Kirche in Deutschland. Da braucht es noch lange, bis das weitergeht. Und es ist auch immer, dass die typische Geschichte ist, dass man Atheisten ethisches Verhalten oder Moral abspricht. Das ist sozusagen die übelste Diffamierung, die wir zu erleiden haben. Und dass der Ethikrat da auch keine Hilfe ist, es ist einfach, es wird dadurch zum Instrument der Unterdrückung. Ich glaube, der Vorsitzende vom Ethikrat, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich der Alte ist, Peter Dabrock, der ist auch ein Theologe. Also es ist jetzt auch nicht, wie üblich, nicht nur getan, damit getan, dass du die Theologen drin hast. Nein, der Vorsitzende muss natürlich auch wieder ein Theologe sein. Aber es gibt unseren Podcast ja erst seit zehn Jahren. Mal sehen, wie das in zehn weiteren Jahren aussieht. Also 2030, denn bis dahin sind ja die Gläubigen schon verebbt oder die Kirchenmitglieder sind dann ja unter 50%. und also diese Schwelle von 50%, die wird jetzt in Bälde nach unten durchstoßen sein und dann noch zehn Jahre weiter. Da könnten die Verhältnisse also tatsächlich schon ganz anders aussehen. Ja, also ich stehe jetzt zur Verfügung, wenn mich jemand in Ethikrat hinein will, dann. Ja, Michael Schmidt-Salomon beispielsweise, der würde doch mal schön den Ethikrat da aufmischen. Ja, aber der hat da keine Professur, der passt da nicht rein. Ach so, du meinst, man braucht jemanden mit Professur. Ja, gut. Ja, die meisten sind Professoren da, ne, also. Aber das Blöde ist, du hast ja dann schon jemanden drin, der irgendwas mit Daten macht. Das ist auch wahrscheinlich die Art, wie die Politiker den dort eingestellt haben. Wir brauchen irgendjemanden, der irgendwas mit Daten macht. Wir können Christian über das Thema künstliche Intelligenz dort einschleusen. Außerdem frage ich mich natürlich, wie groß der Querschnitt durch die Bevölkerung ist, wenn das alles Professoren sind. Das ist nicht so schwer, ich meine, so viele Professoren, 20.000 oder so, keine Ahnung. Ja. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. ! ! ! ! ! ! ! Untertitelung des ZDF, 2020